Hallo, hier ist die Tisha. Welcome back zum History Slam und ich werde euch kurz die Hintergründe und die Fakten zum Text liefern. Wir befinden uns in Deutschland, nahe der niederländischen Grenze, also oben im Norden und im Jahr 1933. Ich kann euch hören, aber wir wissen doch schon alles über Hitler und den Zweiten Weltkrieg. Gut, dann brauche ich ja nicht so viel zu erklären. Also, man kam nicht nur ins KZ wegen Herkunft oder Hautfarbe oder Sexualität. Nein, auch wenn man der falschen politischen Partei angehörte. Also wenn man keine Nationalsozialistin war, sondern Kommunistin oder Sozialdemokratin. 1933 wurden politische Gegnerinnen der Nationalsozialistinnen nach Bergamoor verschleppt. Das Lager war das erste der späteren Emslandlager. Die Häftlinge bauten das Lager Bergamoor und das KZ Esterwegen auf und wurden zur Moorkultivierung eingesetzt. Wie stelle ich mir das vor? Sie bekamen einen Spaten in die Hand und standen den ganzen Tag im Wasser. Vor Weihnachten 1933 mussten die Gefangenen unterschreiben, ich werde niemals über das Leben im Lager reden und dann wurden sie freigelassen. Einfach so. Finde ich großartig. Ab 1934 wurde Bergamoors Strafgefangenenlager geführt. Das heißt, Häftlinge, denen Diebstahl, Unterschlagung, Betrug oder Homosexualität vorgeworfen wurde, kamen in dieses Lager. Mit Kriegsbeginn kamen dann verurteilte Soldaten dazu. Also Soldaten, die zum Beispiel Fahnenflucht begangen haben, wurden dann dort inhaftiert. Die Häftlinge wurden in der Landwirtschaft und in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Die Moorsoldaten oder auch als Moorsoldatenlied, Bergamoorlied oder kurz Moorlied bezeichnet, ist ein Lied, das 1933 von Häftlingen des Konzentrationslagers Bergamoor geschrieben wurde. Und zwar ist der Text von Johann Esser und Wolfgang Langhoff und die Musik von Rudi Gurguel. Das Lied wurde am 27. August 1933 bei einer Veranstaltung namens Circus Concentrazani Uhr aufgeführt. Dazu später mehr. Anscheinend war das einer von diesen magischen Momenten so. Bereits beim zweiten Mal vom Refrain haben alle mitgesummt. Also die tausend anwesenden Gefangene irgendwie mitgesummt. Von Strophe zu Strophe hat sich das dann noch gesteigert. Und am Schluss haben sogar die SS-Leute mitgesungen, weil sie sich eben als Moorsoldaten auch angesprochen gefühlt haben. Zwei Tage nach der Uraufführung hat die Lagerleitung das Lied bereits verboten. Trotzdem war es gerade das Wachpersonal, das immer wieder darum gebeten hat oder befohlen hat, dass die Gefangenen das Lied singen, also zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Durch Entlassene oder in andere Lager verlegte Gefangene verbreitete sich das Lied immer weiter. 1935 hat der Komponist Hans Eisler in London das Lied gehört und schrieb die Melodie um für den Sänger Ernst Busch. Dieser war dann im Spanischen Bürgerkrieg bei den Brigadas Internationales, also gegen Franco. Und dadurch wurde das Lied einfach international immer bekannter. Heute existieren weltweit über 500 verschiedene Versionen von dem Lied in mehreren Sprachen. Unter anderem gibt es Versionen von Hannes Wader oder den Toten Hosen auf YouTube. Einfach mal reinhören. Wenn euch die Thematik interessiert, es gibt zum Beispiel auch ein Buchenwald-Lied, also von den Häftlingen des KZ Buchenwalds geschrieben und dann beim Art Bell immer gesungen. Wenn euch das interessiert, einfach weiter recherchieren. Jetzt gibt's von uns auf jeden Fall noch das Interview mit Christine Teichmann.